Eva Kaili, die sozialdemokratische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, setzt immer noch wegen massiver Korruptionsvorwürfen mit vier weiteren Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Und schon belastet der nächste Fall das Image der EU-Promis in Brüssel. Der oberste Stadtplaner der belgischen City, Pascal Smet, ärgerte sich ziemlich über den Widerstand der EU-Beamten, in ein schlechtes Viertel der Stadt, in dem auch offen mit Drogen geredeilt wurde, zu ziehen. Pascal Smet meinte dazu gegenüber Politico, viele Menschen, die für europäische Institutionen arbeiten, nehmen Drogen. Er meinte damit, das nördliche Viertel mit all seinen Dealern dürfte die EU-Beamten also eigentlich nicht abschrecken. Und der Stadtpolitiker sagte dann auch, am Schumannplatz werde auch mit Drogen gehandelt. Aber nicht mit denselben wie im Quartier Nord, sagte der Stadtplaner, sondern mit Substanzen, die ein bisschen weißer seien. Man kann also annehmen, damit meint er Kokain. Für die EU-Führung ist auch diese neue Debatte alles anders als erfreulich. Immerhin tritt die gesamte EU-Kommission unter Ursula von der Leyen als Hüter der Moral und der Gerechtigkeit in ganz Europa auf. Dabei werden auch Nationen wie Polen und Ungarn immer wieder sanktioniert und Strafzahlungen in Milliardenhöhe angedroht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017